Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die multiple Persönlichkeit, die beim Golfspielen hervorkommt. Jetzt, wohin will ich? Schau, zuerst ist man glücklich, dann ist man frustriert, dann ist man den Tränen vielleicht nahe, dann ist man gleichgültig vielleicht, dann geht es wieder bergauf, dann ist man wieder zufrieden. So viele Stimmungsschwankungen der multiple Persönlichkeiten. Jetzt ist meine Frage an dich. Welche deiner Persönlichkeiten, da gibt es ja unzählige davon, sollte im besten Fall Golfspielen gehen? Wem möchtest du begegnen, wenn du 9 Löcher oder 18 Löcher spielen gehst, am Start oder schon beim Aufwärmen, der dich dann während dem ganzen Golfspiel begleitet, um bestmöglich spielen zu können? Schreib mir unten in die Kommentare, wer deine Persönlichkeit ist oder sein sollte, wer du am Start oder beim Einspielen treffen möchtest, der anschliessend Golfspielen geht. Ich freue mich auf dein Feedback, auf ein Abonnement, bis zum nächsten Video. Tschüss! Und dann bitte zum nächsten Video. Tschüss! Nach Wärmel Björn, bis zum nächsten Video. Tschüss! bitch!